Schaffe ich es, mit Luigi, als süßer kleiner Elefant, die erste Welt in unter einer Minute abzuschließen? Natürlich versuche ich, hier alle Gegenstelle zu holen, aber das war schon mal nicht so praktisch. Dann gehe ich hier rüber, der Gumball fliegt vielleicht direkt in die Luft. Ah, Pirouette, hier hoch! Die zweite Münze ist auch schon in Besitz. Dann geht's weiter, jetzt suchen wir noch die Wunderblume, denn die kann uns dann den Zutritt zur nächsten Münze gebären. Beil dich, Luigi, in der Elefantenform sollst du auch bitte ein bisschen schneller unterwegs sein. Ah, flieg, Pirouette, eingesammelt, perfekt, rüber, jump, auf die Röhre, wundersam, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und, geschafft!